Begonnen hat unsere Zusammenarbeit im Rahmen der Konzeption eines Software-Tools in der stationären Altenpflege. Gemeinsam mit Ihnen und vielen engagierten Studenten wurde in diesem Projekt die Basis für eine tolle Erfolgsgeschichte gelegt. Die Johanniter hatten damals ihre Einrichtung noch nicht gebündelt. Dennoch suchten wir gemeinsam mit Ihnen nach einem einheitlichen Budgetierungstool. Ein nicht immer ganz einfacher Weg, doch es hat sich gelohnt. Seit Jahren verfügen wir mit der Johanniter Suite über ein System, was noch heute in der Branche seinesgleichen sucht.